Wie ändere ich die Schriftgröße im SAP bei der Anzeige? Hierzu gehe ich auf diesen Button, um das lokale Layout anzupassen. Danach auf Optionen. Dann bekomme ich diese Eingabemaske. Schriftart Einstellung auswählen. Hier kann ich die Schriftart festlegen, mit der ich nachher den Text in meinem Layout lesen möchte. Gehe ich hier drauf, nehme mir die Schriftart 18, OK, übernehmen, OK und siehe da, die Schrift wurde vergrößert. Das Ganze kann man sich dann auch so wieder zurücksetzen, indem man hier drauf geht, Optionen, Schriftart Einstellung, wieder auf 11, zurücksetzen, OK, übernehmen, OK und es ist wieder wie am Anfang.